Ich kam ursprünglich aus der DDR und das war sehr politisch dort. Ich habe mit diesem politischen System nichts am Hut gehabt. Und ich konnte machen, was ich wollte, ich hatte keine Chance. Wir sind mir zwei Leerstellen hingelegt und gesagt, ey, du gehst jetzt eine von den Leerstellen, kannst du den da und gehst weg. Die Stelle war halt irgendwie, in der Landwirtschaft, irgendwie was da mit Viehzucht und die anderen an der Gleisburg. Und da haben Gleisburg kannte ich schon Leute, für mich auch interessanter und dann bin ich halt zum Gleisburg gegangen. Ich habe nachher in München gelebt gehabt und war schon relativ weit im Süden oder hatte ich hier Verwandtschaft in der Schweiz. Die hatten aber eine Recyclingfirma und haben noch Leute gesucht gehabt und dann mit der Angriff an. Und dadurch bin ich mehr zurückgekommen. Die Firma ging nämlich in Bankrott und bin ich wieder zurück zum Gleisburg, wieder zur Eisenbahn. Das habe ich mir verletтаuer. Die Firma ging nämlich wieder zurück One. Wie war schmeckt? Die Firma ist poop lang herausом. Wie war bei dem deeper Unkre Ryzen? Was man natürlich nicht nachяла?